Spielen! 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 Ja, Spieler! Ja! Die bewegt sich einfach nicht, ne? Herzlich willkommen zu Black Ops 6. Ah, Digga, wir haben noch Grafik-Settings. Alles falsch. Bewegungsunschärfe und direkt gestorben. Nein! Wir sind in-game angelangt und spielen jetzt zum allerersten Mal Black Ops 6. Erster Kill. Oh, Baby. Es ist so fast pace. Ach du Scheiße. Bro! Hä? Es ist tatsächlich soweit. Der offizielle Release ist eigentlich erst ja, wahrscheinlich. Das Spiel kommt am Freitagnacht raus. Also Donnerstag auf Freitagnacht. Aber es gibt einen Trick. Oh mein Gott, er hat schon das Onimove angewandelt. Es gibt einen Trick mit Xbox Game Pass. Neuseeland einstellen. Hast du nicht gesehen? Ist doch scheißegal. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon in-game. Links von mir. Ich hab den Schritt gehört. Oder? Oh, oh. Kein schlechter Shot. Oh, Baby. Ihr habt immer gedacht, John, der ist es nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Sie haben auch ein bisschen das Design geändert. Sehe ich gerade unten bei den Streaks. Oh, oh, Baby. Hä? Was ist los? Cheater John. Mogul John ist am Start. Die spawnen safe hinten, oder? Kann ich hier langen? Ne, hier kann ich nicht langen. Ja, die spawnen hier. Ist das lecker. Nein. Der ist noch. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Falsches Gebiet. Was ist das für ein Streak? Bitte spawnen hier. Lustiges Streak eigentlich. Ich kann sie sogar nochmal nutzen. Na komm, alle guten Dinge sind zwei. Was ist das für ein geiles Streak? Hä, Bruder? Wie geil ist das? Was ist das für eine Rakete? Erste Runde. Geil. Map komplett geil. Es ist immer noch extrem fast pace. Das hatten wir ja oft, dass die Betas sich extrem schnell angefühlt haben. Dann wurde alles genervt. Das Springen wurde genervt. Das Sliden wurde genervt. Die Sprintgeschwindigkeit wurde genervt. Und das ganze Spiel wurde eigentlich nochmal so für die Noobs angepasst. Jetzt fühlt sich das sehr... Die werden hier alle kommen. Ich werde täglich entschillen. Eine Sekunde. Musik ist laut. Ich höre nichts. Nein. Oh nein. Ich bin hinter allen. Ja, wahrscheinlich hinter allen einer. Aber, was wollte ich gerade sagen? Out of Map gefallen. Scheiße. Ich habe den Escalation gemacht. Wer kennt noch den Escalation? Einmal jetzt in die Kommentare schreiben, wer so ein Call of Duty OG ist, dass er... Oh Gott, das Movement. Oh mein Gott, da habe ich es komplett Noobs genommen. Digga, was? Ich muss auch noch... Ich habe noch gar nicht Omnimovement gemacht, ne? Fällt mir gerade auf. Irgendwie muss man, glaube ich, auch in den Einstellungen da was für ändern, dass es noch flüssiger läuft, dieses Omnimovement. Zitterahe, Zitterahe, ey. Ich bin so happy, gerade das Spiel spielen zu können, ne? Ohne Scheiß. Ich bin komplett happy. Die Map gefällt mir extrem gut. Na, nevermind. Scheiß auf. So, jetzt nicht lachen, John. Nicht lachen. Wir wollen hier eine gute KD halten. Double Kill. Double Kill. Irgendwo war einer. Oh, es ist so fast paced. Könnte wirklich nichts sagen, oder? Ist er rechts außen? Wo ist er? Oh, es ist so schnell. Hilfe. Es ist fast schon zu schnell. Drohne raus. Kommen die jetzt hier? Ja, die kommen hier vor uns. Nein, er liegt da. Er hebt das ab. Ich habe ihn nicht gesehen. TDM geht bis 100. Gott sei Dank. Nicht bis 75. Treyarch. Hat Treyarch wieder gekocht, Leute? 96, 96. Wir werden es herausfinden. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich werde euch ehrliches Feedback geben. Die Tage. Wenn ich dann auch mehr gespielt habe. Nein, nein. Gewonnen. Ob es sich lohnt. 100 zu 99 geht meine erste Runde zu Ende. Sie darf Ende. Gänsehosen. Was ist das für ein Skin? Dieser Skin jetzt schon? Ist das geistkrank. Wir müssen mal direkt hier reingehen. Ja, ab Level 4. Punkteserien. Okay, wir gucken Punkte an. Drohne, Fernlegladung, Boden, Luft, Geschütz. Ne, das war keine Drohne. Das ist der Aufflugspuls. Drohne bei 600 Punkten. Konterdrohne bei 700. Ähm, Geschütz, Hellstorm, Wachhund-Heli, AGR. Das ist quasi der Cervus, oder? Dann Tiefflieger, strategischer Bomber. HAARP, 1450. Der Orbitalsatellit. Freischaltbar ab Level 42. Ihr seht es nicht, weil die Facecam drüber ist. Helikopterschütze und Schlachtschiff. Zwei Brecherstreaks nochmal oben drüber. Boah, was ist das für eine Map, hä? Mit den Settings, Omnimovement, muss ich alles noch machen. Vielleicht mache ich auch ein paar Settings-Videos. Wenn ihr darauf Bock habt, Hashtag Settings in die Kommentare, auf Oldschool. Die Musik bockt eigentlich, muss ich sagen. Und der Double Kill. Man sieht jetzt schon in den Gamertags, es ist völlig verschwitzt. Schwarze Augen. Das gibt mir so sehr Warzone-Vibes. Da gab es ja auch hier Stadion. Digga, das ist eine 6 gegen 6-Map. Lass mich mal gucken, wo ist die Karte? Das kann nicht 6 gegen 6 sein. Das ist ein Skandal, darauf 6 gegen 6 zu spielen. Alter, Justice, Saiyan, mein Gott. Alter, what? Digga. Okay, hier können wir sicherlich nicht raus. Das ist ja viel zu wild. Von der Idee eine sehr freshe Map. Ja, komm, wenn es mit den anderen Gegnern nicht wird, dann hole ich mir die AFK-Spieler. Aber wir müssen nicht darüber reden, dass das zu groß ist für eine normale Call-of-Duty-Map. Das darüber müssen wir nicht reden. Ich will übrigens hier keine Ausreden jetzt schon suchen. Aber für die Leute, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, dass ich immer mal wieder mit Sehnscheidenentzündungen Probleme hatte. Und ich habe aktuell wieder extreme Unterarmschmerzen. Schmerzen wahrscheinlich. Schmerzen. Und ich war gestern beim Orthopäden, habe jetzt eine Bandage. Ich zeige die euch gleich. Es ist zu viel los hier. Ich spiele jetzt hier mit so einer Bandage. Ich habe jetzt erst mal 6 Physiotherapeuten-Termine. Jede Stunde soll ich aufstehen und Yoga-Übungen machen für Schulter und Nacken und so weiter und so fort. Weil das alles zusammenhängt. Und ich hier so verkrampft immer sitze wie so ein Süchtiger. Mann, der mal X-Creepy-Z-Y. Deshalb entschuldigt bitte, wenn es hier teilweise problematisches Gameplay gibt. Ich gebe nur mein Bestes, wirklich. Oh, was? Wo geht es hier lang? Oh. Just Sergeant. Just Sergeant. Ah, jo. Okay. Ja, lass mich raten. Wir spielen Multiplayer gerade. Mhm. Ja. Ja. X-Creepy hat es trotzdem gewusst. Hat es trotzdem gewusst. Da wusste es halt. Diese Eierköpfe hier schon wieder, ne? Guck dir das an! Das ist so eine Lobby-Ass-Level 24. Bruder, er ist schon wirklich Punkt Neuseeländische Zeit. Sofort onengegangen. Wir haben gespawnt. Hallo, raus. Ich quitt raus. So, jetzt aufstehen und ein bisschen locker machen. Ah. Ah. Rentner-John, Leute. Rentner-John. Arme ausschütteln. Ein bisschen die Schultern. Kreisen nach vorne. Nach hinten. RQ! RDR-COO im Clantec! Auf alte Zeiten, Digga. Oh, ich bin so... Ich bin so glücklich gerade. Oh, fies zu püden. Leute, macht euch wieder RQ in den Clantec. Oh mein Gott. Wir müssen allesamt den Dreck... Ne, den Karren aus dem Dreck ziehen. Was ist das für eine Map? Das ist doch keine Black Ops-Map. Ja, Moki. Arschritze. Was ist das für ein Brett, Alter, was ich hier habe? Oh, Achtung. Jo, nehme mit. Ey, wirklich, er hat einfach RQ reingemacht. Ich bin so geblasst. Double Kill. Double Kill, Baby! Was ist das für eine Map? Spawn jetzt sogar hier hinten, wo man sie nicht sehen kann? Oder kann man hier nicht langlaufen? Okay, man kann immerhin. Das sieht halt dann immer auch so riesig aus, weil die Map drumherum halt noch zu sehen ist. Komm, gehen wir mal ins Gebäude rein. Ganz geiler Vibe gerade. Kaserne. Fortschritt. Ah, okay. Hier können wir das Level sehen, was wir freischalten mit den ganzen Leveln. Boah, was ist das für ein Map-Overlay? Seht ihr das? Interessant irgendwie. Irgendwie auch interessant. Die Sniper können wir vielleicht mal einen Kill machen. Die sieht sehr aus wie die Bio-1-Sniper, finde ich, oder? Ich finde, die sieht aus wie die Bio-1-Sniper. Die mit der Gold-Tarnung. Wir wissen ja auch schon, dass die sehr geil aussehen wird in diesem... Oh, Baby, in dem Spiel. Hardscope des Jahrhunderts. Komm raus. Arschlecken. Oh! Ja, das ist es doch! Einer kommt von rechts. Oh, verfickt. Jo, Baby. Schlaf gut. Einmal schlafen gehen. Aldi Nord. Aldi Nord-Bestellung kam an. Ich sage aber ganz kurz auf den ersten Eindruck, mir gibt es schon neue Call-of-Duty-Vibes gerade. Mir gibt es auch nicht diese lieblosen, seelenlosen, Trash-Call-of-Duty-Vibes. Mir gibt es schon so ein bisschen Potential. Oh! So Potential könnte irgendwann einen Status haben, dieses Call-of-Duty-Vibes. Ich weiß nicht, ob ich jetzt trippe, ob es jetzt zu krasse Vorfreude ist. Aber... Oh nein. Oh mein Gott. Das gibt es mir gerade schon. Komm her, mit der Shotgun jetzt. Mit der Shotgun. Oh, Baby. Nein. Nein. Ich bin der schlechteste Spieler der Welt. Das habt ihr nicht gesehen. Rausschneiden. Rausschneiden, John. Rausschneiden. Was hat er für eine Waffe? MP9. Reload Cancel. Ich will hier die ganze Zeit auf diesen Scheiß rauf, aber ich komme nicht. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bro, wie viel Spaß macht das gerade? Ganz ehrlich jetzt. Einmal bitte mit mir ehrlich sein. Nicht, ja, SPMM, ja, SPMM, ja, macht es wahrscheinlich dann wieder kaputt. Aber ganz kurz, das ist unfassbar gerade gewesen. Das ist unfassbar. Auch eine coole Map. Komplett anders irgendwie. Nicht so dieses Typische, aber nicht eklig. Leute, lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr Bock habt auf Black Ops 6 Videos. Und auch einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen. Algorithmus. Ich brauche wieder ein bisschen Tritten in den Hintern. Ich küsse eure Augen für Support, für Daumen nach oben, Kommentare. Ich probiere für euch Content hier rauszuballern, der euch unterhält, der euch Spaß macht. Checkt doch gerne meinen anderen Kanal aus, den ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Da wird es nämlich auch ordentlich Content geben. Ich hoffe, meine Arme, meine Sehnen machen das irgendwie mit. Oh, feindliche Aufklärungspuls. Oh, komm raus mit der Streak jetzt hier. Raus. Zack. Puff, peng. Flieg, mein Vögelchen. Flieg, 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 flieg. Arschlecken. Flieg, 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 flieg. Jo. Oh. Ich kann mich wirklich nicht verstecken. Er hatte schon recht. Mann, er gibt mir die Headshots. Ich komme nicht klar darauf, wie random die Karte ist. Wie gut sie aber ist. Das ist wirklich scheiße. Erster. Zweiter. Ja, zwei sind erstmal gut. Waldtarnung freigeschaltet. Boah, die alle Stimm. Seht ihr, wie viele Leute ich hier anschieße, wo dann diese Stimm-Animation kommt? Das ist absurd. Ich meine, man muss jetzt auch hier Xbox Game Pass dribbeln, Neuseeland-Account machen. Aber wir werden es abwarten. Wir werden es abwarten. Geiler Spot gerade hier. Leute, Leute. Leute, es ist so toll. Es ist so toll. Verloren aber es hat so Spaß gemacht. Das war mein erstes Video Black of 6. Mein Gott, war das gerade geil. Ich will euch zu nichts zwingen. Ich bin nicht verpartnert. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Das Spiel wird wahrscheinlich auch wieder Todes abfacken. Ich werde euch immer wieder meine Meinung geben in Videos. Lasst einen Daumen nach oben, ein Abo oder schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie hat euch das jetzt gefallen? Ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Brechling Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.